so man glaubt es kaum aber auch heute habe ich schon wieder etwas neues das ist der zweite kopf von somo den der in zusammenarbeit mit alpaca entstanden ist dieser kopf hier hat ein etwas kleineres depot und der ist mehr zum mit alufolie rauchen gemacht also der andere kopf war ja für die aufsätze gemacht und dieser ist jetzt speziell für mit alufolie rauchen es gibt verschiedene farbvarianten und man sieht hier hat sie im von kleine einbuchtungen das ermöglicht einen besseren durchzug und verhindert dass der von verstopft wird ich werde mir heute ein köpfchen von aquamenta bauen und zwar aqua black box das ist ein bärenmix einmal schwarzen bären wie gehabt habe ich den tabak locker eingelegt und dann etwas angedrückt dass er etwa auf der höhe vom rand ist da der kopf hier oben wie schon gesagt ein etwas kleineres depot hat werde ich wieder mit einem sieb von einem kamin aufsatz rauchen das verhindert einfach dass die kohlen runterfallen und man kann sie etwas mehr an den rand auslegen wenn es zu heiß wird so dann komme ich wieder zum fazit also wie ihr seht das ganze kommt extrem gut ich kann es immer immer wieder sagen auch aquamenta kann man super im fahnen rauchen also es gibt einige die sagen er läuft nicht so gut im fahnen aber da kann ich wirklich widersprechen das ganze läuft einsam auch geschmacklich ist das ganze top also es ist nicht ganz einfach einen flavor also irgendwas raus zu schmecken es ist vor allem eine süße note mir schmeckt der tabak sehr gut also es wirklich einfach sehr süß und lecker also süß fruchtig ja jeder der süßes mag kann da gerne zuschlagen das ganze hat kein menthol oder wenn dann noch ganz wenig drin also die die nicht so die menthol fans sind können da auch mit ohne schlechtes gewissen zuschlagen und ja ich empfehle den tabak weiter so